Ja, hallo liebe Freunde und willkommen wieder zurück zu FotoHunt. Ich habe mal ein bisschen die Musik nochmal angepasst. Zwar war es ganz okay, man konnte meine Stimme zwar trotzdem alles verstehen. Das Problem allerdings bei FotoHunt ist das, ich wollte, ich habe gedacht, die Musik ist selber so leise, weil auf meinen Kopfhörern ist sie sehr leise, aber bei euch in der Aufnahme schallt sie ganz gut. Naja, keine Ahnung warum, ist komisch, aber so ist es halt. So, was wollen wir machen? Ja genau, wir wollen ja weiter an der Story weiter vorankommen. Schön übrigens, dass euch der erste Teil gefallen hat und ihr das auch echt cool findet, FotoHunt. Wie gesagt, ihr könnt euch die 16.1 Version frei beim Mochi runterladen und selber spielen. Machen wir Morning Jogging mit Rachel nochmal, dann kommen wir doch ein bisschen weiter voran bei ihr. Wir müssen übrigens auch ein bisschen auf die Kohle aufpassen. Das kann ich nicht zu oft machen. Na gut, auch 100 Dollar habe ich erstmal safe, alle zwei Wochen. Muss ich immer im Hinterkopf behalten, weil ansonsten haben wir das Problem nicht dann, dass wir irgendwann ziemlich auf die Fresse fallen werden. So, wir haben Charisma auch ganz gut gemacht. Wir können aber trotzdem mal in die Schule gehen. Headmasters Office. Wo werden die meisten Leute wohl Probleme haben? Wahrscheinlich bei ihr, bei Monika werden die meisten wahrscheinlich so ein paar Probleme haben, weil am Anfang erstmal gar nicht so richtig anzuklicken ist und weil das ewig dauert. Aber, es gibt ein... Ihr müsst erstmal über den Jungen rankommen, um überhaupt erstmal an sie ranzukommen. Denn was ich ja erzählt habe, ist ja auch, dass Bobby hier gerne mal ein bisschen bei Kevin draufhaut. Und wenn wir Kevin nämlich unter Schutz nehmen, haben wir nämlich ziemlich gute Karten her bei Monika. Nur mal so als Info. Ihr müsst ins Badezimmer gehen. Dort wird Bobby dann mal eben auf ihn draufgehen. Was hat er gefragt? Oh, ich glaube wieder mal, well. Genau, und nimmt well. Weil bei well kommt ihr ganz gut durch, sonst geht ihr ihn auch in die Fresse. So, hier steht er schon drin. Hier, Rob is in's Office. Yeah, I remember you came to my mommy's office. So, und da ist er eigentlich schon geplatzt. Kevin ist die Mutter von Monika. Kevins Mutter ist Monika nicht. Kevin ist die Mutter. Das wäre ja noch ein Ding der Unmöglichkeit. Also, Monika ist Kevins Mom. Und über die Szene kommen wir sehr gut ran an Monika. Ihr merkt also schon, wie das Ganze so weit abgeht. Aber Monika, muss ich ganz ehrlich gestehen, ist nicht leicht zu erobern. Das muss man hier echt schon mal vorenthalten. Also, Monika, die Rolle von Monika haben sie ganz gut eingenommen. Dass Monika wirklich nicht so leicht zu erobern ist. Also, Monika ist wirklich echt ganz schön critical. Und auch sehr hart. Danach müsst ihr eigentlich mehr... Ne, warte mal. Finding People, glaube ich. Oder ne, Finding Girls. Finding Girls. Lina, Grace. Oh, Grace können wir auch mal... Komm, wir gehen mal auf Grace mal rauf. Mal sehen, was Grace eigentlich so vom Stapel setzt. Ah, russischen Akzent. Oxana, genau. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Wer guckt auch schon dahinter, ne? Alter, wer baut eigentlich so einen Rooftop ein? Guckt euch mal die Spalte dazwischen an, das ist ja lebensgefährlich. Na, jedenfalls sind wir optimal gut gelandet, würde ich sagen. Weich, auf alle Fälle. Ja, wir werden jetzt ewig bei ihr, sie wird jetzt ewig unser Help bleiben, das ist wohl klar. In der Situation. Aber wieso kann man sowas nicht reparieren, ey? Das frage ich mich immer noch, ey. Unglaublich. Ich hoffe, dass es jetzt mit der Audio alles ein bisschen besser funktioniert, aber... Ähm, ich sehe schon. Irgendwie habe ich das Gefühl, wartet mal, ich gehe nochmal ein Stück weiter runter. So, jetzt müsste es wahrscheinlich wirklich optimal passen. Bei mir ist es jetzt sehr leise auf dem Kopfhörer. Aber so müsste es wahrscheinlich, ja, so müsste es eigentlich sehr gut saven. So, wie gesagt, ich bin ja auch manchmal während der Aufnahmen ein bisschen leise. Ich lasse euch ein bisschen mal die Story weiterlesen, damit ihr so ein bisschen reinkommt, was eigentlich überhaupt Photohand auch ist. Auch Grace. Grace habe ich ihr erzählt. Ähm, sie hat noch keine Abschlussstory. Ähm, es triggert so gesehen schon an, in welche Richtungsline Grace gehen wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass, äh, ich überlege gerade, wie wird er das planen? Jetzt wird er ja erstmal Skyline-Aussicht, das wissen wir jetzt ja schon. Aktuelle Version. Ähm, ich denke mal, Grace wird dann auch irgendwann nochmal danach geschoben werden. Bei Fiona, also mal so gesehen, Komplettit kann man wirklich sagen, ist, äh, Evelyn. Die kann man wirklich schon als Komplettit ansehen. Auf alle Fälle Rachel, definitiv. Es gibt ja noch viel mehr. Ähm. Was machen wir jetzt? Ähm, I think I'm just going to talk to you. Na, finden sich nicht gerade so geil. So, damit wissen wir auch schon mal ein bisschen um die Relationship zwischen Grace und, ähm, ja, ihr schon mal Bescheid. Mit Oksana wissen wir immer schon mal Bescheid und mit Grace, dass die Beziehungsebene nicht so die beste ist, aber Oksana versucht ja alles Mögliche, um daran gut zu arbeiten. Aber Grace ist so mehr die, aber Grace ist so mehr die, äh, I trust nobody. Kommt aber auch noch heraus, warum Grace eigentlich so ist. Aber viele können sich da wahrscheinlich schon einen Reim zu bilden. So, ähm, jetzt haben wir Evening. Ich würde gerne mal in Evening, ich hätte jetzt erstmal Bock gehabt, vielleicht eventuell mit Evelyn weiter vorzuschreiten, aber ich würde mal sagen, wir gehen doch erst in die School. Ich würde gerne mit Lina ein bisschen weiter voranschreiten. Ähm, weil Lina eigentlich mal so gesehen eine der ersten Story-Characters sein wird, die ihr so erobern werdet, würde ich mal sagen. Ähm, denn Lina ist in einer Sache hin nachher ein bisschen kompliziert und zwar, ähm, wir machen erstmal, let's beginn. Es gibt mir nicht nachher eine Sache, da müsst ihr etwas holen für sie. Bevor ihr das nicht geholt habt, ähm, ja, dann geht die Storyline erstmal mit Lina nicht weiter. So, jetzt haben wir mal so gesehen eine Sache, weil wir es noch nicht wissen. Was hat sie denn gefragt überhaupt? Na ja, ich möchte mir... Lord Baron Farneson. Pilgrim. Pilgrim. Lord Baron... Ja, gut, ich würde doch mal das Correct-Answorts einzahlen. Warte mal. Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist falsch. Ähm... 1800, passt das ungefähr rein? 47 passt ungefähr in dieses Zeitalter rein. Berechne jetzt nur, ob das ungefähr alles hinkommt. Oder ob es sich sogar 1700 in der Richtung her war. Nur, das ist ein bisschen jung, ne? Ja. 1900 gab es erst diese ganze Industrialisierung, kann man so richtig... Ne, die war 18... Ne, die war 19. Das Jahrhundert, die Industrialisierungsgeschichten. Dann würde ich sagen, das ist richtig. Nicht Harry Potter. Meine Güte, jetzt geht's los. Wrong. Charles Dickens. Wrong. Charles Dickens ist doch kein Christmas-Karotte oder was weiß ich was. Was? Was? Ich hab ein Mistake gemacht? Wait. Ah doch, Charles... Ach, sie meinte die... Ach, ja doch. Die Christmas-Geschichte von Charles Dickens. Ja, dann ist das richtig. So, yes, right. Ah, stimmt. War ja Charles Dickens, der, dass er geschrieben hat. Stimmt. Ich war gerade beim anderen. So, jetzt wurde auch gleich angekündigt, wenn ihr den Schluss gelesen habt. Ihr müsst mehr in der Bibliothek halt mehr visiten, damit ihr da eben halt mehr Sachen hinbekommt und mehr lernt. So, das heißt also, wir gehen erstmal ordentlich aus dem Penny und ich würde sogar sagen, diesmal machen wir es einfach mal so. Wir gehen diesmal wirklich ins Storehouse und trainieren noch ein bisschen unsere Strange. Holen uns noch ein bisschen Kohle mit nebenbei ab. Dann gehen wir noch in die Schule und setzen uns in die Klasse, um unsere Intelligence noch ein bisschen zu erhöhen. Nebenbei haben wir ja mitgekriegt, wir sollten nochmal in die Library gehen. Da gehen wir auch hin, weil da das nächste Event starten wird. Denn dort treffen wir eigentlich, äh, ja, die Hauptbibliothekarin Rose. Oder besser gesagt nicht, ist mir jetzt, don't worry, Jen. Keine Vorstellung. Ja doch, sie ist the owner of the Library, wusste ich's doch. And my boss. Wusste ich doch, dass Rose doch der Boss ist und der Eigentümer der Bibliothek ist. Kommt nicht so rüber, würde ich sagen, ne? Also hat die vielen Bücher in einem Hut, wa? Ähm, kurz gleich vorweg. Zu Rose gibt es noch keine sehr lange Storyline. Aber ich denke mal, auch Rose wird bald einen Weg in die Storyline mit reinfinden. Wie gesagt, ist ja noch alles sehr früh. Ist ja 16.1 für Public, 16.2 für Patreon-Mitglieder. Ähm, deswegen, da ist noch viel Luft nach oben, was ich immer sage. Aber was schon alles drin ist, ist schon wirklich sehr, sehr viel. Man glaubt es gar nicht. Aber in dem Spiel kann man schon ziemlich cool drauf bleiben. Ich mach mal Play, cool, weil ich glaube, die hat einen sehr coolen, ne? So, wir wollen ja unsere Intelligence hochballern. Deshalb werden wir ein bisschen von Jennifer Boog gattet. Was ja in Ordnung ist, können wir ja mal so durchlassen. Weil wir müssen wirklich die Intelligence hochballern. So, es gibt nämlich manchmal auch in der Nacht ein paar Events. Wenn ihr dann gleich direkt auf den Night-Button klickt, dann bekommt ihr auch ein paar Events noch mit, die ihr vielleicht so vorher nicht mitgekriegt habt. Deswegen drückt auch manchmal ab zu auf den Night-Button. Man sieht schön im Hintergrund Lina tanzen, ne? Oh, ist das schon? Ja, ich glaube, das ist sie. Also, wenn ich mich nicht recht erinnere, ist das Evelyns größte Feinde. Oh, Evelyn und sie. Eigentlich sind sie Hassfeinde. Also, nee, Liebschaftsfeinde. Also, Lina trifft es immer irgendwie hin, hier irgendwie in den Post zu kommen, ne? Davor die Szene war sie schon in den Post an der Schule. Patricia. Patricia kenne ich auch noch nicht. Gibt es auch noch nichts zu, irgendwie anzumelden oder sonst was alles. Es kann ja immer noch sein, dass noch viele neue dazu kommen werden. Patricia vielleicht eventuell eine Kandidatin, die es auch ins Spiel schaffen wird. Wir wissen es halt nicht. Ich meine, er hat sich hier nicht umsonst genug, denke ich mal, mit dem Artwork hier beschäftigt. So, dann kommen wir natürlich zu Monika. Vielleicht auch Daniela. Mal sehen, was da noch kommen wird. Wie gesagt, es sind viele Spekulationen, es sind halt offen. Bei der Fälle kann ich euch sagen, Monika ist definitiv drin in dem Business. Jo, haben wir das auch erledigt. So, ähm, was können wir machen? Lassen wir mal ganz kurz mein Handy rein schnippeln. Gucken wir mal nach, wie es allgemein so aussieht. Wir sind Charisma immer noch bei 1. Fotografie sind wir immer bei 5. Intelligence haben wir auch ganz gut hoch. Bei 17. Strange haben wir bei 5. Bei Lina sind wir sogar auf minus 6 Love mit reingeballert, weil wir die Tests verkackt haben. Bei Gray sind wir auf minus 2 Love. Läuft. Aber kriegt man immer wieder hoch. Keine Panik. Braucht ja keine Sorgen zu machen. Aber das läuft. Wie waren wir bei Evelyn gerade aktuell gestellt? Äh, überhaupt plus 2. Es ist auszuhalten, würde ich sagen. Ich schaue mal bei Rachel mal um die Ecke vorbei. Nur um zu merken, dass ich dort mal eben Katz sitzen muss, weil Rachel sich mal wieder etwas anguckt, was nicht gerade sehr jugendfrei ist. Aber meine Güte, wer sucht sich keine Inspirationen, ne? Das Geile ist, wartet mal. Ich überlege gerade, welches Game das ist. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich überlege gerade. Ich habe das Gefühl, dass das Power of a Kuhn ist. Good morning, Rachel. Was gibt es ein schönes, heute über deinen Laptop zu sehen? Was ich hier mache? Gar nichts. Ich gucke einfach nochmal gerne zu. Das ist not Porn. Just an erotischer Part of a movie. Also es ist ein erotischer Part von einem Film. Nicht vergessen, liebe Leute, ne? Das ist nicht immer gleich alles Porn. Das können auch die erotische Part von Filmen sein. Gibt es ja immerhin auch mehr als genug, ne? Ja. Tricks. das kann man doch ganz leicht durchgehen lassen alles in Ordnung so lange mal kein Nippel sieht das irgendwie alles grün habe ich mal gehört so was haben wir noch da haben wir Rachel jetzt auch mal angeteasert ach so jetzt bin ich irgendwie mal bei Rachel angekommen in der Storyline versuche ich es jetzt schon mit Lina ich weiß nicht ich glaube noch nicht aber es ist Samstag die Schule ist ja geschlossen was verläng ich überhaupt das brauche ich auch nichts machen Library ist auch close komm wir gehen im Park und knipsen ein paar Fotos immerhin bekommen wir da auch ein bisschen Kohle ab können wir mal nach Hause gehen in mein E-Wedding mal gucken was gerade aktuell bei ihr gerade so abgeht sie guckt sich alte Familienbilder an so jetzt können wir aussuchen welches Foto sie nehmen soll es gibt übrigens echt hat er ganz gut hingekriegt so gesehen die Fotoline ich finde das ganz schön wenn man auch mal so Family Portraits mal so gesehen in der Richtung immer in sein Spiel mit einbaut das gibt einem das Gefühl der Familie integriert wirklich mal wieder wenn man sich mal ganz kurz ach wir gehen gleich alles in aller Ruhe durch ich finde das aber echt schön gemacht das hat er cool hingekriegt mit dem Family Portrait jetzt können wir uns alle Family Portraits ansehen und wir gucken uns mal Rachels Portrait mal an wie sie damals aussah wenn die hatte erst anfangs schwarze Haare interessanter Style wechselt dann rüber in die Blondschiene wieder zurück von Monat her dann können wir auch dieses Foto uns mal ansehen dann können wir auch dieses Foto schwarzen dann können wir auch dieses Foto schwarzen dann können wir auch das 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 Foto schwarzen So, dann hätten wir hier noch... Ach man, da muss ich wieder aufpassen. Aber wir gehen alle Bilder durch. Wir gehen jetzt noch Familienporträt auf. Da muss ich wirklich aufpassen, dass ich da nicht gleich aus Versehen das Falsche klicke. Weil hier würde ich auch gleich gefragt werden mit den zwei Sachen. Und ja. Ja, wenn ihr das Richtige ankreuzt, könnt ihr was sehen. Jetzt muss ich selber mal nachdecken, bitte. Aber ich mache mir ja schon mal einen Cut. Weil ich hundertprozentig nicht sicher bin, welches das Richtige ist. Oder besser gesagt, ich versuche es einfach mal. Okay, also, ich habe es gefunden. Ihr müsst das zweite klicken. Dann könnt ihr was sehen. Wir nehmen einfach das erste. Ansonsten müsste ich da jetzt vielfach... Ich müsste hier was rausschneiden. Außerdem kann man sowas leider wieder nicht zeigen. So, jetzt müssen wir mal zum letzten Foto rüberwackeln. Hm. Ach. I was hoping you wouldn't ask me about this one. Naja, warum hängt es sich dann auf? Ist doch klar, dass wir die Frage stellen. Wie findet ihr es, das Foto? Der Blick ist ein bisschen psycho. Muss ich mal wieder nachdenken. Was ist wieder das Richtige? Ander... Just like this one. Um... Komm mal nach. Was du woll Honnot? Do? And now my best friend Alice took. Will ich das noch alles so abgeben lassen? Ja. Gut, dann lassen wir das alles noch so durchgesinkt, das ist noch okay. Alice, genau. Zu Alice kommen wir später auch noch. So. Heißt also, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. So, es ist schon Night, also gehen wir einfach mal schlafen. Und Sundays, wir machen das Wochenende aber noch durch eben schnell. Dann haben wir das Wochenende durch und können dann direkt frisch mit einem neuen Game eine neue Woche rein starten. Ich bin überlegen, gehen wir nach Rachel oder gehen wir noch mal nach Evelyn? Wir gehen noch mal nach Evelyn, würde ich sagen. Oh, in the bathroom. Wir können erst ein Picture machen und das nachher verkaufen. Ähm, kann ich empfehlen für Leute, die sehr viel Contents auf Story legen oder besser gesagt sehr schnell in ihr Spiel vor weiterkommen. Take the picture und verkauft sie. Außerdem bekommt ihr, wenn ihr die Pictures macht, die Achievements freigeschaltet. Nur mal als kleiner Tipp vorweg. Na? Dann habt ihr die Achievements auch alle frei. Wir können aber erst mal das Frühstück machen. Das ist immerhin auch ein Part von der ganzen Geschichte. Das wollen wir mal gucken, ob ich mal... Alter! Selbst der Pümpel sieht aus, als wäre der irgendwo... Hohoho! Mit dem Ding würde ich ihm keine Toilette mehr reinhauen. Hahaha! ÄFL Government dafür Gömed Dustin Ähm... Nööööööööö.... Alter, der Pümpel hat auch schon paar Tage hinter sich, ey! Oh... Was macht Rachel denn gerade, die ist nicht zuhause. Mal wieder. Ja, das werden wir auch öfters mal haben, dass Rachel einfach mal paar Tage nachmittags nie zu Hause ist. Warum ist Rachel nachmittags nicht zu Hause, fragt ihr euch? Ja, das werden wir noch herausfinden können, wenn wir Glück haben. So, wir kommen mal in Evening rein. Vielleicht eventuell kann ich jetzt ja das... Evelyn's not at home. Boah, ist ganz knapp, ne. Aber man sieht nix, alles gut. Kann ich drin stehen lassen. So, ähm... Dann heißt das also, heute haben wir auch wieder nichts zu tun. Das heißt, Library ist nicht close. Wir können Intelligence studieren. Sehr schön. Freut sich Jennifer rüber, dass wir ein bisschen Intelligence studieren könnten. Und damit haben wir eine Woche wieder geschafft. Oder besser gesagt, die restliche Woche geschafft. Ja, wie gesagt, Photo Hunt. Part 2 durch. Part 3, 4 und 5 kommen ja... äh, Part 3, 4, 5 und 6 kommen ja noch. Aber ich konnte euch hoffentlich schon ein bisschen mehr ein bisschen anteasern. Jetzt haben wir auch mal ein bisschen Rachel eingeteasert. Wir haben was über Grace kennengelernt. Okay, über ähm, Dingses, äh, Alice. Da kommen wir noch zu. Ähm, über Fiona werde ich auch noch ein bisschen was anteasern können. Ähm, können wir noch was anteasern? Genau, aber die Dead Story glaube ich eher nicht, weil die sehr spät erst im Spiel integriert wird. Da müssen wir aber Evelyn erstmal ein bisschen weiter vorangekommen sein, bis dann die Dead Story aktiviert wird. Ähm, ja, aber auf alle Fälle... Ja, über Monika würde ich mal versuchen, noch ein bisschen was anzuteasern. Ich weiß gar nicht, wie ich aktuell überhaupt da stehe. Da muss ich nochmal reingucken. Ich glaube, bei Monika bin ich auf Love 0, das ist ganz okay. Bei Lina muss ich unbedingt nochmal wieder Love-mäßig aufholen. Wir haben 20 Intelligence-Punkte. Bei Grace muss ich auch nochmal nachhängen. Bei Rachel haben wir manchmal mal einen Pluspunkt gesammelt. Aber das kommt alles noch in Gang. Keine Panik. Und Skylar, wenn ich irgendwo einen Baum finde, werde ich auch Skylar finden. So, auf diesem Wege bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Und, ja, bis zum nächsten Mal hier wieder bei Fotohund. Bis zum nächsten Mal.